Guten Morgen! Zisch! Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3! Back again, ja! Es ist Sonntagabend, wir haben uns gerade mit einem Zisch ein Bier aufgemacht daheim. Braust mal, wir gehen jetzt was cooles an! Ich weiß nicht ob es hin hat und ob es schafft, aber wir spielen High Stakes! Das Gwent-Turnier von Novigrad! Deswegen haben wir da jetzt unseren Master-Safe angelegt! Das tun wir dann einmal! Weil ich weiß nicht ob ich da Spiele verlieren darf! Glaub nicht, nämlich! Ich weiß nicht! Keine Strong-Karte! Keine Gold-Karte! Servus! Krumpet! Ich will in den Turnier! Ich will in den Turnier! Ich habe gehört, du spielst für High Stakes hier! Erstens müssen wir die richtigen Effekte haben! Lass uns unsere Karten schauen, ob wir? Karten sind in Ordnung, aber können wir das Verkaufeln? Tausend Goldstücke bei Ihnen! Wie geil! Wir können! Wir können! Wir können! Dann haben wir einen Namen, und wir werden ein Entry-Ticket geben! Geralt of Rivia! Geralt of Rivia! Der Kampf wird bald beginnen! Aber der Hoi-Poloi muss erstmals ausgerufen werden! Wir werden bitte warten! Achschu! Naja, du bist zu kasselig! Warum muss der krank sein? Ah! Naja, ist jetzt schon geil aus mit seinem Mohawk! Fusen! Achschu! We are cordially invited to come back tomorrow! Pfeasen, thugs, und ... Faux Aristotuprat ist kein außerhalb der Stadis-Torie. Aber wenn wir uns im Gesang... Oft sind wir nachher vergleichen! Aber wir können uns wieder ganz in die Schwertelbewerben. Und wir würden uns bei der Schlitten! Wir würden uns ein bisschen verletzen lassen! Aber wer war composiert? Und wir würden uns nicht mehr mit dem Riven etwas bedeuten. Die können diese Gitter متджики auf mit der Hausaufel, Wir würden uns immer wiederholten, Und ich bin der Witscher. the friends are familiar, but that is Patrick Hazelnut. Never goes anywhere without those three. Met a man once who traveled with two Zarakennian warrior women as bodyguards, but those three have other talents. Clearly the halflings, Bernard Tully, the farmer, claims to play for pleasure, but everyone wants to win, don't they? Don't... They... No. Best beware of that one. Ah, Cheaps waren nicht so geil. Also 1, 2, 3, 4, 5 Matches haben wir mal sicher, glaube ich. Okay, danke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Wir machen einen Quicksafe! Ich muss damit schon weiter loswerden. Haben wir noch irgendetwas Schönes zum Anziehen? Zufällig mit? Nein. Aber so passt das besser. Ja. 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 Hosenfrau. Ja. 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 Mh mh. Mh mh. Mh mh. Mh mh. Mh mh. Okay. Mh mh. Mh mh. Mh mh. We play for golden figurines. The winner will take them all along with a monetary prize equal to nine times the buy-in. Drei mal eine ist immer 20. Was? Ah. Ja. Nein. Tausend. Knott. Mh mh. Mh mh. Mh mh. 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 was er so hat. Nahkampf. Ich weiß es nicht, ich kann das so schwer einschätzen. Schenk mir das spült, dann haben wir 6 Minuspunkte. Fühls nicht, gell. Schauen wir mal da. Schnee ist einmal gut. Aber wie es aussieht hat er kein Dings. Du willst dieses Spiel gewinnen? Ah, ja gut, da kann man nichts machen. Dann hat auch ein Spy umgeklopft. Den holen wir uns natürlich, sehr cool. Danke schön. Der wär cool zum holen werden. Gut, lass da, aber komm mit dir das ja mit 40 zu 6. Ja, da muss ich jetzt passen leider, gell. Was tut er denn jetzt? Jetzt haut er mir noch ein paar Spice rum. Eins. Schwein! Gut, dass ich noch ein. Außer, dass ich da jetzt geholt. Irgendwas Gutes. Verdammt! 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 Das Spice! Das Spice! Das Spice! Ich hab jetzt wahrscheinlich schon... Oula! Was ist mit euch? Das mach ich eins zu eins noch! Counterpicken! Oula, was ist denn mit dir los? Das kann ich auch! Blöd das Gleiche! Hat jetzt ein Mirror-Attack oder was? Der hat einen Mirror-Deck. Ja sicher hat er einen Mirror-Deck. Scheiß mich an. Er hat einen Mirror-Deck. Scheiße. Die Mirror-Decks können immer nicht gut spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, den kill ich da mal wegfuhr in der Nase. Ich brauch Korten. Er passt. Sehr geil. Ähm. 45. Dicht, nein. Dicht oder zu. 51. Yes! Und jetzt müssen wir drüber fahren. Ich bin gespannt was er jetzt noch hat im Talon. Aber zwei Quarten, drei Quarten weniger. Sehr cool. Wetter können wir ein bisschen einscheißen. Deswegen gehen wir mal auf meine Hero-Cards ausspülen. Wir werden sicher da hinten verstärken. Ach, das wird eh alles. Alles wird oben gleich. Kannst, kannst gleich alles oben legen normalerweise. Was, drei, drei, drei. Ja, das wird klar. Ja, das wird klar. Ja, das kann man ja. Ja. Er wird mir hinten ausrufen. Ja. 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 Ich hab' gerade in Karten für mich. Ja. Gutes Wetter. Ja. Es hat schon gewonnen. Hab' jeszcze gewonnen. Schade sagt aber... Glaube nicht, dass es einen Squatch drüber hat oder... Sind sonst ist das auch egal. Immerhin hat es gewünscht. Hat gepasst. Wir gewinnen! Aber sowas von gewinnen wir das. Ah, geil. Nicht 137 zu 34. Danke, Wiederschön. Armer Mann. Ja, aber das bringt eine gute Zeit, wenn wir... Ah, Vollkast geworden. Ich hab einen mit einem Mirror Deck gehabt. Ich hab eine Proposition für dich. Wir treffen uns auf der Terrass nach oben. Äh, gut. Okay. Und die Hit-Downs nehmen. Und es gibt eine Band. Ich finde es cool. Das ist exklusive... ...Tournier. Da kannst du verloren. Ich bin der Typ mit der Armbrust am Rücken auf. Finde ich, passt da nicht. Sehr cool. Erstes Spiel gewungen. Und ein Date am Balkon. Hm, alleine. Was wolltest du darüber sprechen? Was wolltest du darüber sprechen? Eine Karte. Das ist der Großartig. Du kennst. Ich kann nicht von dir sprechen, aber ich würde lieber, dass es nicht in den falschen Händen liegt. Und Glück kann so sehr unabhängig sein. Echt ehrlich gesagt, man sollte einfach die Karte nehmen. Abschuldig. Du kennst. Keine anderen. Warum sagst du mir? Ich bin eine Frau. Ich brauche diese Karte. Und Geralt von Rivia würde niemals eine Frau in die Karte nehmen. Oder so habe ich gehört. Wer von du hörst. Freund Gilla Vigo? Sie hat mir erzählt, Sie hat mir über deine Erinnerungen in Beauclerc. Wahrscheinlich bist du... ...dipendbar. So long as die Karte ist einfach. Die Karte muss einfach sein. Äh... Ähm... Schau mal. Let's see. Ich werde die Karte mit dir spüren. Natürlich. Spüren? Was, wenn ich das Tournament winne? Ich werde dir eine andere Proposition haben. Was ist der Plan? Ich werde dir allen erzählen, wenn die Zeit richtig ist. Für jetzt bleibt einfach alert. Und wenn du eliminiert bist, bleibst bis das Tournament Ende. Es wird dein Zeitpunkt wert. Du wirst sehen. Das klingt ziemlich mysteriös, aber... Es ist ein Zeitpunkt. Excellent. Und jetzt bin ich fertig. Lasst uns die anderen. Wunderbar. 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 Atenzione. Zweite Runde. Cool. Madame Sasha und Gilbert of Revia. Na! Gilbert hat er gesagt. Das ist das Halbfinale. Gegen sie! Was? Ich wollte gegen sie im Finale spielen. Winne gegen Sascha. Wir spielen im Außenstock. Nehmen wir an. Im Separe der Besseren. Ja, wir spielen mit dem Besseren. Ja, wir spielen mit dem gleichen Deck. Brauch mal, Brauch mal. Ja, wir spielen mit dem gleichen Deck. Weck! Brauch mal, brauch mal. Lass mal, lass mal, lass mal. Weg! Sehr gut. Fuck. Ja, ich weiß, ich habe eine Hero Card weggeschmissen. Und habe sie dafür gekriegt. Das passt schon. Was? Okay, dann den Nem-sitsch mal gleich einmal. Den Nem-sitscht. Schauen wir mal, ob du Asa was hast. Ich plane, die erste Runde zu verlieren, gell? Ah, okay, dann hast jetzt du genem-sitscht. Jetzt bin ich gespannt, ob sie noch einmal Nem-sitschen tut. Und dann holen wir uns zurück. So geil. Ich liebe es, weil am Anfang nur Spies austauscht werden die ganze Zeit. Komm, noch ein Spy. Du hast gepasst. Oh, das wird jetzt dein Untergang werden. Hat sie gepasst. Zwei Karten für mich. Noch eine Karte für mich. Ja, das war's eigentlich, gell? Den können wir... Ach, den halten wir für die nächste. Und der auf einfach so. 15 zu 11. Also da muss ich mich jetzt schon ziemlich blöder anstellen. Ah, der war's einmal gut. Ah, Schwein. Schauen wir mal, was wir so am Deckel da drinnen haben. Yes! Yes! Hahaha! Ähm... Wir... Fighten uns das mit den schlechten Karten aus, sag ich. Also wir sie unbedingt gewinnen, gell? 2-0. Aber da muss ich jetzt entgegenhalten, Leira-Schatzel. Jaaaa... Schwein. Man, da hat mir zu wenig... Aufwunden wie... ...im... ...iklig... ...gewingen... ...witzig aber nicht ausgehen, gell? 47... Scheiße! Da muss ich fast... Ja, sicher. Was... Was soll ich sonst nehmen? Ich bin eh noch Meilen weit weg von dem Fräulein. Dann können sie doch einmal passen. Das will sie unbedingt gewinnen, gell? Was? Und jetzt kommt wieder der... Nein! Spy schickt sie mir ein... Schwein! Sie ist doch besser als gedacht, gell? Mein Joker will ich trotzdem für die letzte Runde aufgehalten. Deswegen... ...fahren wir da einmal so rein. Pass! Nein! Das will sie unbedingt gewinnen, gell? Schweine-Priesterin! Pass! 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 Nein! Das will sie gewinnen, gell? Hört alles aus, gell? Ja! Hilft dir nix! Der macht sie hin! Und Mia! Ja! Bitte komm! Ich würde eh zwar wenigstens aufgehalten für den Schluss. Na, Alter! Was soll ich jetzt tun? Wenn ich jetzt pass bin und sie spielt, dann wäre ich fertig. Jetzt passt sie natürlich. Ja, super! Die scheiß Karten habe ich mir jetzt rausgehauen müssen. Aber was soll es? Ja, es hilft nix. Ich habe das auf Nummer sicher spielen müssen, die letzte Karte. Ja! Wenigstens eins. Mehr Blasen zum Angriff. Jetzt wird ausgespült, Fräulein, gell? Na, f*** dich doch. Sie ist ziemlich gut, gell? Sie ist nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Na, mein Trees ist mehrgekalt, wenn wir irgendwas machen. Was soll sie denn jetzt sagen? Ja, ich bin wirklich kein Scheiß, hoffentlich. Ja! Eine Wetterkarte! Sehr cool! Zack! Mein Joker! 95 zu 30! Du bist am Zug! Noo! 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 Ich muss dich ausspülen! Komm! Bitte nicht! Bitte nicht! Du Schwein! Du Schwein! Du Schwein! Der Gordon hat sich mal gestohlen. Und jetzt hat sich natürlich mehr. F*** dich doch! Ich meine, das wäre zum Zoom, das Zoom aber das bringe ich nicht mehr. Verloren ganz normal! Das ist mein erstes Spiel, was ich seit! Ja! Der scheiß Quatsch hat mich umgebracht! Jajajajajaajaaja Der größte Spezialist auf dunklen Spellen, zu der Witchers Fortress von Kaer Morin. Ja, 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 jetzt müssen wir die ganze Scheiße wieder machen. Ich warte auf dich am Balkon. Okay, und okay. Open the gate. Aber seltsamerweise habe ich jetzt die Anbußnahme ausgerüstet, obwohl ich vorher gespeichert habe. Oder kann ich mich nicht mehr überraschen? Geh, das zupft mich an, dass ich das verloren habe. Ist ein gutes Deck, wirklich ein gutes... Win against Satcha! Ach, falsch. I'll give you a... I'll give you a... Gibt's da keine Fickseparies? Fickseparies... Fickseparies... Warte, wer hier drin? No... Schade! Aber die... Bäh! Schuchtel... Aber sieh da auf der Bank! Hi! Busen... Lilly... sudaren... A so... Gut... Win against Satcha! Won't find any better... I..... A so... Neues Spiel, neues Glück, gell? Aber es sieht sehr, sehr burl aus. Mit dem, wie es nicht gewinnt. Das kalt man uns einmal. Ach, ein Spy, was soll ich das? Das haben wir schon verloren wieder. Ich weiß nicht, ob ich das erste gewinnt soll. Ich kann mich ganz schwer entscheiden. Ich verliere das wieder. Aber jetzt wird es immer die Spice umklopfen nach der Reihe. Zuerst ist es dann. Your turn. Ja, ich verliere das jetzt einfach sogar einmal. Und jetzt, wimms, 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 kommen wir jetzt wahrscheinlich an. Zwar, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hahaha, nein. Jetzt ist der Sechser weg, ja. Ich hab gewungen, dass ich voll jetzt rein falle. Hätte ich vielleicht irgendeine großen Vögelnisten von mir auf dem Dach haben. Und die machen Geräusche. Das ist ja mal jetzt gewingen, zwei Null. Der Kostel ist nach der Zwolle. Hahaha. Das ist ja mal jetzt gewingen, zwei Null. Der Kostel ist nach der Zwolle. Haha. Jawohl, Squatch ist weg. Das passt schon. Ja, sie hat noch einen Kopp im Deck drinnen. Hm. So, zuerst einmal die ausi. So, als Tarnung. Wenigst mehr head hinten. Nehmen wir uns den Druck holen. Mit ihrer. Was? Möge ich Legei ausspielen schon in das Vollen, gell? Ach, ein, zwei haben wir eh da. Sehr gut. Der Unterger war ein Baiser gewesen. Hätte ich mir die Frostkarten geholt, aber... Ich schenk dann auch mal Fünfe. Pass, pass, pass. Wow, das spielst du jetzt bis zum bitteren Ende, glaub ich, gell? Der tut weh. Der tut wirklich weh. Der tut wirklich weh. Und jetzt wird ich geholsen auf den... Ah, den hol' ich mir mal. Sehr geil. Den kann ich mir auch noch mal holen. Am Schluss. Das wird jetzt ausgespült. Freudelein. Du Schwein. Du Schwein. Ein brillantes... Der Spiel der Könige, sag ich immer. Die erste Reihe. Hoch der Tochter. Alte Schaltei. Ich muss einmal den spielen. Einmal ein bisschen Zeit gewinnen. Alter Schaltei. Ich brauch heute Wetterkarten. Und ihr wisst welches Wetter. Wir brauchen Winter. Was soll das? Das war wieder nur so eine Zeitgewinnungskarte. Okay. Machen wir das Gleiche. Los! Ich weiß noch nicht, ob ich mir die Holens gegenüber nicht... wir spielen noch mal dich aus. Wow, die macht es mir nicht leicht! Was war das jetzt? Spy weg! Das gibt es doch nicht, das gibt es doch nicht! Verstärken wir da einmal. Jetzt habe ich auf einmal mehr als da, aber Karten weniger. Ich will das... Alter, das gibt es nicht, der hat Karten drüben! Der hat ein schein gutes Deck. Willst du den? Schau, was der da hat! Ja, den Spy hol ich mir jetzt ganz normal, nämlich... nicht den. Der hilft mir, nämlich sogar mir. Das habe ich eh schon gehabt. Gefährlich wird es mir, wenn ein Donauhorn hat oder eine blöde Kombination. Ja! Das tut mir gar nicht weh. Ja! Ja! Wir gewinnen! Wir gewinnen! Er hat noch drei Karten. Dann fahren wir mal da drüber. Dann fahren wir urendlich drüber. Ja! Ähm, ähm, Katapult natürlich! Jetzt sind nur mehr Punkte! 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 Ja! Danke! Es war mir eine Ehre, Fräulein! Ja! 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 Das war 274! Hm. Ich hoffe, dass Ihr Glück hält. Ehmjörn von Emreis. Der Heat ist an. Aber ich gebe schon die Hüfte, ob ich das Geld nicht brauche. Ah, das klinge ein Arsch. Ah, das klinge ein Mute. Wird das schwierig werden? Du bist ein Idiot. Im Morgen will ich jetzt schon nicht. Nein, bitte. Nein. Nein. Wir müssen da zwei hintereinander und dann klingeln. Scheiße. Mein Quick-Safe. Los geht's. Mein Deck hat mir Glück. Gibt's auch. Das Goyadell. Das geholt man uns. Brrrrrr. Nein. Nein, Alter. Was tut das? Auch gegen die gleiche Karte. Auch gegen die gleiche Karte austauscht. Wurlaß. Es könnte ewig dauern. Es könnte ewig dauern. Was ist das? Was hat denn das da vor? Das machen wir einen Counter-Pick. Ewig. 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 Änesota. und den spielen wir mal gleich aus. Das ist ein mal gut. Und zwar eine Spione. Burlas, da fahrt aber gleich mit dem Wetter nieder. Ja, ist mir eh wurscht. Gewingst halt Sau oder Sau. Es wär unbedingt gewingen. Na, bist du wahnsinnig gedeint da, hätte man gesagt. Ja, er hat gepasst. Er hat wirklich gepasst. Sollen wir uns die zurückholen. Er hat anstrengend keinen Spion, gell? Wenn wir uns die zurückholen. Er hat was? Er hat gepasst. Alter, ich wink der Slow Car. Ich wink, ich wink, ich wink, wir wink an der Slow Car. Ich hab da oben so viel gehört mehr. Ich kann alles spülen. Wir fangen einmal niedrig an. Ups. Jetzt hat er nochmal Scorch ist drüben, oder was? Schmeiß aus deine Hero Cards und ist das wurscht. Eure, ich hab ein Sonnader da. Du kannst mich nicht einmal mit Wetter einscheißen. Wir gewinnen. Du kannst machen, was du willst. Das ist mir wurscht. Du hast halt ein Spy drüben. Du weißt schon, dass ich da ein Wetter gehörten hab. Wir Blasen zum Gefecht. Du 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 du. Du 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 du. Ich hätte gern einen Ruf wollen. Eine wunderbare Ex-Freundin hatte einen Ruf wollen. Eier, ähm, das spielen doch nicht. Da machen wir mal was hin. Wunderbar. Wundergab-Gächtiger. Wir gewinnen das Hive-Text? Ja, ziemlich geil. Du kannst nicht gewinnen! Du kannst nicht gewinnen! Du bist ziemlich scheiße, muss ich sagen. Hast du uns Quatscht drüben, dann spielen wir in Geralt of Rivier. Ja, um Gottes Willen. Komm, spiel aus, dein scheiß letzte Karten! Was ist das denn? Was? Ja, und was kommt jetzt? Ein Spy, okay. Okay, 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 okay. Interessant. Interessant könnte das noch werden, seien wir uns ehrlich, nein, es wird nicht einmal interessant. Ah, jetzt weiß ich nicht, was er vorhin stehen hat, aber ich nehme nochmal das, ja. Ja! Er zögert seinen vermeintlichen Untergang, zögert er noch raus, ich liebe auch noch. Ich möchte nicht wissen, was das da ist. Und wir holen uns, ja, dich dazu, als ihr wischt. Ach, ein Nebel des Grauens. Verpiss dich mit deinem Nebel des Grauens. Und schau, wie ich die jetzt fertig mache. Du weißt, sie war echt gut, aber er war jetzt ziemlich scheiße, muss ich sagen. Ein Finale hätte ich mir bei... Das wichtige Finale war schon das Halbfinale. Ah, danke, wie gesagt. Und jetzt spielen wir Best of Five, oder was? Ich habe überhaupt nicht geschummelt, wieso ich in dem Spiel schummeln kann, du feurige Haut. Alter, warum muss ich jetzt? Nein! Weg! Du feurige Haut! Boah! Aber nicht wirklich! You are dead! Ich will nicht gegen den Boxen, ich hasse Boxkämpfe. Die sind jetzt unfair in dem Spiel. Wenn du da einmal steckst, dann... Wenn da jetzt kein Autosafe ist, ich bin auf das Spiel angefressen. Das können sie nicht machen, wenn da jetzt kein Autosafe ist. Ja... Kann ich da runtergehen? Ich hasse Boxen! Ich hasse das in dem Spiel! Hast du, wie lange das jetzt dauert? Bis ich den schlag? Ich hasse es! Ich hasse es! Von ganzem Herzen hasse ich es! Zum Glück habe ich ein Bier getrunken, weil sonst die Minder um mich auch aufregen. Ich gebe dir einen Discount für heroische Wünsche, aber die Madame... Na, du weißt... Ich hasse! Ich hasse! Ich hasse! Ich hasse! Ich hasse es! Nein, ich habe keine Chance! Ich habe keine Chance! Ich habe keine Chance! Lv 27! Und jetzt steckt mein Main Quest da drinnen! Jetzt kann ich den Master Quest mit den Laden und die ganze Scheiße noch rum spielen! Wenn ich ein höheres Level habe! Ich habe keine Chance in dem Scheiß-Faust-Kampf! Das ist so unfair! Und das Laden! Klootschneller wenigstens. Was ist denn da schwer zum Lohn? Wir sind eh nur in dem Scheiß. Brother. So was ärgert mich, so was ärgert mich. Richtig, richtig, richtig. URA! Ja! Trau ich meinen Rücken hin! Trau ich meinen Rücken hin, du Idiot! Ja, komm! Ich hab keine Ahnung, wie ich da ihn besiegen soll. Ich hab keine Ahnung. Mit Klick und nach 500 Mal probieren. Hab ich normalerweise wieder keine Chance, gell? Level 27 und ich bin 22. Keine Chance. Lass sie mir wenigstens ein Messer ziehen. Haha. Er trifft mich einmal und die Hälfte ist weg. Wie fair ist denn das? Das schaff ich nicht. Das schaff ich nicht. Das schaff ich nicht. Gott, so was nervt. So was nervt. Ich bin. Das schaff ich nicht. Ich gebe dir einen Anbieter für die Heroic Däden, aber die Madden, naja du wissen. Ich mag nicht mehr. Fuck you. Fuck this game. So was, das ärgert. Das ist das Schlimmste in dem Spiel, das Faustkämpfen. Sonst schnetzelst Monster 10 Level über dir und was weiß ich was alles und tausende Leute, aber nein, in einen Faustkampf, in einen Faustkampf verlierst, was du in der Scheiße. Ich gebe dir ein Wettbewerb für die Heroic Dien. Ich werde einen Bezug auf die Heroic Dien. Kommt, komm näher. Kommt, komm näher. Wiss ich. Sie sind. Ich würde dir einen Biss über die Heroic Dien. Breml, eh schon viel. Ich will den nicht besiegen, ich will da weg oder irgendein... Ja, passt. Mir zupft das Spiel an und ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Einmal probieren wir es noch und dann... Trifft ihn dreimal. Er trifft ihn dreimal und... So was geht mir auf die Eier. Geht leicht, als ich auf die Wald spüle. Blink wie ein Wiesel und... Ich bin schon wieder im Eck drinnen und komm doch nicht raus, du Fui Arschloch, du Deppertes. Gehst du bitte aus... NEIKHAUSER! Na, er geht nicht, er geht nicht, er geht nicht, er geht nicht... Ah! Leute, ich ziehe ihm nichts ab. Ja, das war's mit ihm. Let's play.